WDR Zeitzeichen Stichtag heute 15. März 1995 Der Todestag des Philosophen Wolfgang Harig Ich bin kein Pessimist. Ich bin auch kein Optimist. Sondern ich bin für Realismus. Frankfurter Buchmesse 1975 Wolfgang Harig, Denker aus Deutschland-Ost zu Besuch in Deutschland-West. Kommunismus ohne Wachstum? fragt der 53-Jährige im Titel seines neuen Buchs. Der DDR-Philosoph reagiert darin auf Warnungen des Club of Rome, der die ökologische Zukunft der Erde in Gefahr sieht. Nur meine ich, die Verwirklichung seiner Appelle zur Rettung der menschlichen Zivilisation setzt eben einen Kommunismus voraus, wie ihn in primitiver Form zur Zeit der französischen Revolution der Barbeuf entworfen hat. Ein Kommunismus, der nicht Überflussgesellschaft ist, sondern zuteilt und das, was da ist, unter den Gesichtspunkten sozialer Gerechtigkeit verteilt. Wenn man sich die heutige Weltlage anschaut, ist Harigs Wachstumskritik immer noch aktuell und durch Fridays for Future auch omnipräsent zur Zeit. Der Berliner Politologe Dr. Alexander Amberger. Was sein Menschenbild betrifft mit der Ökodiktatur, Harig geht da bis zur Zwangsumsiedlung von Menschen, um eine globale Verteilung der Bevölkerung relativ gleichmäßig hinzubekommen, notfalls auch Umerziehungslager, um den Leuten den individuellen Konsum und das Autofahren abzugewöhnen. Allerdings bezieht sich dieser Zwang nur auf die Sachen, die ökologisch schädlich sind. Andere Sachen wie Sexualität oder die künstlerische Entfaltung des Einzelnen wollte er nicht einschränken. Wolfgang Harig gilt als einer der ersten Grünen der DDR. Er fordert den Marxismus nach ökologischen Kriterien neu zu überdenken. Dass der Philosoph sein Buch Kommunismus ohne Wachstum in einem Westverlag veröffentlicht hat, scheint die sozialistische Führungsriege in Ostberlin nicht zu stören. Harig darf weiter reisen und in der Bundesrepublik so viel diskutieren, wie er will. Warum ausgerechnet er, der wegen Hochverrat vorbestrafte und andere DDR-Intellektuelle nicht? Ich finde, es gibt heute im Zusammenhang mit Energiefragen und Großtechnik noch unendlich viele größere Gefahren als bloß bedrohte Bürgerfreiheit. Nämlich des Seins oder Nichtseins des Menschen auf der Erde überhaupt und des Fortbestands der Natur auf der Erde überhaupt. Sagt Harig 1976 im Gespräch mit dem einstigen Studentenführer Rudi Dutschke. Ich bin für Glück, aber es gibt eine glückvernichtende Art von Wohlstand. Wolfgang Harig wird 1921 im ostpreußischen Königsberg geboren. Er kam aus einem bildungsbürgerlichen Hause. Sein Vater war Autor. Das ganze Umfeld, in dem er aufwuchs, war ein eher intellektuelles Umfeld, nicht das klassische Arbeitermilieu, aus dem der Großteil der späteren SED-Funktionäre kamen. 1944 desertiert Harig aus der Wehrmacht, taucht in Berlin unter und nimmt Kontakt zur kommunistischen Widerstandsgruppe ernst auf. Damit ist der Makel der bürgerlichen Herkunft vom Tisch. Nach der Kapitulation Hitler Deutschlands steigt er im kommunistischen Kulturbetrieb Berlins schnell zu einer festen Größe auf. Zunächst als überzeugter Stalinist, wie seine bejahenden Reiseberichte aus der Sowjetunion zeigen. Harig ist dann auch schon jung promoviert und habilitiert worden, bevor er 30 Jahre alt war. Das führte dazu, dass er ein starkes Ego hatte und auch ein dementsprechendes Auftreten. Ich hab mich mit Leuten unterhalten, die bei ihm studiert haben Anfang der 50er Jahre in der Humboldt-Universität. Und er hatte schon Ausstrahlungskraft, war sehr charismatisch und kam wohl auch bei den Studentinnen besonders gut an. Auch der Westen zeigt Interesse. So versucht der US-Geheimdienst, Harig anzuwerben. Mittlerweile Lektor im Nebenberuf, wendet er sich an seinen Vorgesetzten. Jetzt bin ich zu dem Leiter des Aufbauverlags gegangen und habe dem das gesagt. Aha, sagt er, ist gut, dass Sie das sagen. Ich sage, na wisst, der erwartet mich. Dann und dann, da und da. Soll ich da hingehen, zum Schein drauf eingehen? Das habe ich angeboten, nicht? War ja linientreuer Kommunist, nicht wahr? Die Order von oben an Wolfgang Harig lautet, nicht hingehen. Agentenspiele traut man dem Philosophen nicht zu. Auch kritisieren Beobachter der Staatssicherheit, kurz Stasi, immer öfter seine Vorlesungen. Er wollte sich nicht von Apparatschicks vorschreiben lassen, was er nun zu lesen hat und wie er was zu interpretieren hat. Und das ging schon bei Hegel los, der nach staatsoffiziellem Stalin-Verdikt als Vordenker des Preußentums und damit des Faschismus verbannt werden sollte. Wo Harig dann das berühmte Bournemouth absortete, ich lasse auf meinen Hegel nicht scheißen. Alexander Amberger, Autor des Buchs Baro Harig-Havemann über marxistische Systemkritik und politische Utopie in der DDR. Das war sein Antrieb, sich nicht vorschreiben zu lassen, was er machen darf und was nicht. In der Deutschen Zeitschrift für Philosophie, wo er Chefredakteur war, unter anderem mit Bloch als Herausgeber und Co-Autor, haben die sich im Prinzip damals schon gegen geistige Bevormundungen gewährt. Es waren natürlich genauso Marxisten, Leninisten, aber sie wollten halt die offensive Auseinandersetzung haben. Die offensive Auseinandersetzung sucht Harig nach dem Tod des sowjetischen Diktators Stalin 1953 verschärft. Der 20. Parteitag der kommunistischen Partei in Moskau lässt seine Hoffnungen auf ein Tauwetter keimen. Im Aufbauverlag gehört er zum Kreis der Gleichgesinnten. Sein Hauptziel, die deutsche Wiedervereinigung in einem militärisch-neutralen sozialistischen Staat. Und nun bin ich gedrängt worden, diese Dinge zu Papier zu bringen und auszuarbeiten zu einer Plattform. Diese Plattform war ja im Prinzip nur als Diskussionspapier, als innerparteiliches für die SED vorgesehen. Allerdings mit weitreichenden Forderungen. Nach mehr Freiheit, auch im ökonomischen Bereich, nach mehr Demokratie. Und das heißt 1956, Parteichef Walter Ulbricht muss weg. Für Harig als Philosophen ist die elfte Feuerbach-These von Marx zentral. Die Philosophen haben die Welt nur erklärt. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Harig will die Praxis der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands SED nicht länger theoretisch legitimieren, sondern selbst zur Weltverbesserung beitragen. Und dafür geht er sehr weit. Was besonders krass war, er forderte halt, dass das MFS und die NVA wieder abgeschafft werden und die Opfer rehabilitiert. Harig plädiert also dafür, das Ministerium für Staatssicherheit und die Nationale Volksarmee aufzulösen. Mehr noch, er kontaktiert einen Vertreter der Westberliner SPD, um ihn über seinen Plan zur Wiedervereinigung zu informieren. Und er spricht beim Hamburger Nachrichtenmagazin der Spiegel vor. In Hamburg hat Rudolf Augstein mir ganz dringend geraten, im Westen zu bleiben. Ich habe aber nicht darauf gehört, sondern bin zurück. Und da habe ich gerade meine Mutter und meine Freundin begrüßt. Dann klingelte es draußen, Kriminalpolizei. Daraus wurde dann natürlich eine staatsfeindliche Verschwörergruppe konstruiert, die es in der Form nicht gab. Wie gesagt, er war selbst ja Kommunist, wollte nicht die SED und DDR überwinden, sondern nur reformieren, attraktiver machen. 1957 wird Wolfgang Harig als Dissident zu zehn Jahren Gefängnis im berüchtigten Zuchthaus von Bautzen verurteilt. In einem zweiten Prozess tritt er als Belastungszeuge gegen seine ehemaligen Mitstreiter auf, so gegen Walter Janker, den ehemaligen Leiter des Aufbauverlags. Harigs Ruf als Verräter ist damit zementiert. Ich habe mir selbst die Stasi-Unterlagen damals angeschaut und was aus diesen Akten hervorgeht, ist, dass in der Haft er gebrochen wurde. Ich war ja, wenn man von diesem Mann in der Untersuchungshaft, von der Verhaftung bis zur eigenen Verurteilung absieht, also von 29. November 56 bis 9. März 57, wenn man von dem Zellengenossen da absieht, war ich ja in Einzelhaft bis zum fünften Jahrestag meiner Verhaftung. Danach wird Harig mit einem Lebenslänglichen zusammengelegt. Nach einigen Monaten erbittet er die erneute Einzelhaft. Ende 1963 haben sie mich dann wieder nach Berlin geholt und haben mir eröffnet, dass bei mir mit der Philosophenlaufbahn, das wäre zu Ende. Aber ich hätte ja auch Germanistik studiert und sie würden mir raten, mir auf diesem Gebiet ein Thema auszusuchen. Zwei Themen rücken in den Vordergrund. Zum einen Jean-Paul und seine Revolutionsdichtungen, zum anderen die Werkausgabe des Philosophen Ludwig Feuerbach. Die nach seiner Amnestierung 1964 angebotene Ausreise in die Bundesrepublik lehnt Harig aber kategorisch ab, trotz seiner beiden Herzinfarkte während der Haft. Also sorgt die Stasi für seine Rundum-Überwachung. Wiederholt kommt er wegen Paranoia in ärztliche Behandlung. Seine Strategie, um nicht noch einmal als Verschwörer verhaftet werden zu können, hält er Stasi und SED über jeden seiner Reformgedanken auf dem Laufenden. Vor allem in Sachen Ökologie. Harig hat alles offen und transparent gemacht. Zu offen und zu transparent für manche in der SED, weil er, wie gesagt, alle Ideen, alles gleich kundgetan hat und hat auch dann mit dem MFS zusammengearbeitet als einen Adressaten seiner ganzen Vorschläge und Wünsche. Für die Stasi wird der marxistische Querdenker zur veritablen Nervensäge. Ende der 1970er Jahre revanchierte sie sich mit nächtlichem Telefonterror. Und das hörte in dem Moment auf, als ich einen Ausreiseantrag gestellt habe an Honecker. Mit dieser Begründung, dass ich also ihr offenbar nicht gebraucht werde und so weiter. Da hört's auf. Und das kann natürlich nur Stasi gewesen sein, nicht? 1979 zieht Harig erst nach Österreich, dann in die Bundesrepublik. Dort sucht er die Nähe zur grünen Bewegung. Das Mängelwesen Mensch, so Harigs Grundgedanke, brauche immer eine führende Hand. Doch ist den meisten seine Welterrettungstheorie, die auf einer Öko-Diktatur und einem Weltkommunismus mit starken Institutionen fußt, viel zu autoritär. Deswegen war Harig auch ein vehementer Gegner, im Unterschied zu anderen Oppositionellen in der DDR, von westlicher Freiheit, weil er der Meinung war, dass die westlichen Ideale von Demokratie, von Selbstentfaltung, Konsum und so weiter, nur weiter in die Katastrophe führen würden. So der Berliner Politologe Alexander Amberger. Und deshalb sagte er, staatliche Zuteilung des materiellen Bedarfs des Einzelnen wäre die Lösung. Durch eine zentralistische Bürokratie, wobei er keinerlei Bürokratiekritik äußerte. Das ist eines der großen Defizite in dem Buch. Seinen Ruf als Verräter wird Harig aber auch in Österreich und der Bundesrepublik nicht los. Dafür sorgen DDR-Dissidenten wie der ausgebürgerte Liedermacher Wolf Biermann. Und so geht das Trauerspiel um eines der größten Talente der DDR-Philosophie weiter. Nach zweieinhalb Jahren zieht Harig, angeblich auch wegen Geldmangels, zurück nach Ost-Berlin. 1987 stellte er einen Wiederaufnahmeantrag in die SED. Aber auch da will man ihn nicht mehr. 1989 der Berliner Mauerfall. Wolfgang Harig wird rehabilitiert, das Urteil von 1957 für nichtig erklärt. Doch Walter Janker, den er im zweiten Prozess belastet hat, attackiert ihn in seinem Bestseller »Schwierigkeiten mit der Wahrheit« als opportunistischen Denunzianten. Harig versucht sich mit dem Hinweis zu rechtfertigen, dass die Stasi damals ohnehin alles über ihren Kreis der Gleichgesinnten gewusst hätte. Sein Antrag auf Öffnung der Prozessakten, um die Methoden der DDR-Justiz offen zu legen, wird ihm aber verwehrt. Die Behandlung ist damit geschlossen. Moment, ich stelle fest, dass Sie die wichtigsten Dinge gestern nicht hineinbringen, dass Sie mir damit ein Wiederaufnahmeverfahren aufzwingen, das an meiner Gesundheit und meinen Nerven zerren wird bis an mein Lebensende. Verdammter Dreck und Mist! In die Spur findet Wolfgang Harig nach der so lang ersehnten deutschen Wiedervereinigung nicht mehr. Denn in seinem Sinne sozialistisch ist sie nicht. Nach der Vereinigung weigerte er sich, gegen jenen Richter auszusagen, der ihn 1957 verurteilt hatte. Vermeldet das Nachrichtenmagazin der Spiegel. Das kostete 800 Mark Ordnungsgeld, bei 1340 Mark Rente. Wolfgang Harig stirbt im Alter von 71 Jahren. Mit einem Erinnerungsbuch kämpft seine vierte Ehefrau Anne um sein Ansehen. Titel? Wenn ich das gewusst hätte. Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Vormweg an Wolfgang Harig, der am 15. März 1995 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel Zeitzeichen morgen über den Komponisten und Bandleader Harald Banter. Zeitzeichen Täglich morgens um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 6 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf WDR 5 und abends um Viertel vor 10 auf